Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 6.12.2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1283, heute am Sammi-Klaus-Tag. Zumindest bei uns hier in der Schweiz kommt heute der Sammi-Klaus mit seinem Schmutzli auf dem Esel dahergeritten und wird das eine oder andere Kind mitnehmen, wenn sie da nicht erartig waren. Und ansonsten ganz viele Säckchen mit Nüsschen, Mandarinen und was auch nicht immer verteilen. Was bekommt ihr? Zum einen sicherlich einiges in News, wie Twitter, iOS-Update, Maestral, EM-Client und Billet-Automaten. Heute gibt es viele Updates und Dinge, die abgekündigt werden oder eben wieder angekündigt. Wieder angekündigt wurden nämlich die Twitter-Aktivitäten in Form von harter Währung von Apple im Twitter-Universum. Das heisst, Apple wird wieder oder nach wie vor Geld bei Twitter ausgeben für Werbung. Nachdem Elon Musk den Krieg ausgerufen hat und Apple zu allem Möglichen beschuldigt hat, wie zum Beispiel gegen Free Speech zu sein und andere Geschichten, dass sie zum Beispiel seine App rausschmeissen würden. Das hat sich ja vor kurzem schon geklärt, als Elon Musk bei dem Apple-CEO zu Besuch war, auf dem schönen Gelände von Apple. Tim Cook hat damals gesagt, dass das nicht so sei und auch nicht so geäussert wurde. Das war anscheinend ein Missverständnis. Das Zweite ist jetzt so, auch das mit dem Geld ist anscheinend nicht so, denn es soll in Zukunft auch wieder Geld fliessen. Apple ist mit circa 100 Millionen einer der grössten, wenn nicht sogar der grösste, Twitter-Werbekunde. Und da denke ich doch mal, hat Elon Musk ein Ding zum Aufschnaufen, weil da hat ihm doch einiges gefehlt, wenn da Apple weggefallen wäre. Ja, was haben wir als nächstes für ein Thema? iOS 16. Ja, kam da nicht jetzt gerade die Tage, wenn nicht sogar gestern oder heute oder wann war das? Auf jeden Fall habe ich es gerade erst vor ein paar Stunden auf meinem Drittgerät installiert. iOS 16.1.2. Aber wir warten doch alle auf dieses iOS 16.2. Das soll ja noch vor Ende des Jahres kommen und das wird langsam eng. Wir dürfen warten. Was kommt überhaupt in diesem iOS 16.2 und warum warten da so viele darauf? Zum einen natürlich die Freeform-App, auf die ich mich persönlich auch freue. Eine grosse Notizfläche zum Beschreiben. Dann aber auch die Unterstützung von externen Displays für den Stage-Manager. für die M1 und M2 iPads. Die neue Home-App-Architektur. Apple hat ja den Unterbau von der Home-App komplett überarbeitet und da wahrscheinlich dann auch dieses Matter irgendwo dann mit drin. Vielleicht auch erst nächstes Jahr, aber zumindest der Aufbau soll erneuert sein. Auch neue Widgets, zum Beispiel Medikamenten und Schlafwidgets, soll da mit Einzug erhalten. Wir dürfen weiterhin abwarten. Es sind ja noch ein paar Wochen bis zum Ende dieses Jahres. Und lieber eine fertige Software als eine pünktliche in dem Sinne. Maestral, so nennt sich der schlanke, quelloffene, open-source Dropbox-Client, den ihr euch runterladen könnt, um Dropbox zu nutzen. Ich habe mich selbst noch zu wenig damit beschäftigt. Ich habe es einfach ganz einfach gemacht. Ich habe Dropbox und OneDrive von meinem Rechner geschmissen. Jetzt heult der Lüfter nicht mehr so fleissig. Mein Home-Cloud-Client und auch der von Nextcloud, die schnurren recht leise, auch wenn sie unter Feuer stehen. Das gefällt mir sehr gut. Ich will mir da gar nicht ausmalen, was Dropbox und OneDrive sonst noch alles im Hintergrund rumgesynkt haben, wo sie nicht hätten synken müssen. Ja, sollte man dann nur noch auf diesen Maestral setzen. Wie gesagt, ich habe es nicht getestet. Ich weiss nicht, wie das in puncto Sicherheit und allem Möglichen drumherum ist. Was ich weiss, ist, dass der Client extrem schlank ist und auch eben ganz wenig Bewegung auf dem CPU verursacht. Und das ist ja ein Ding, was man eigentlich möchte. Was diese Software auch tut, ist die Dropbox-Beschränkung umgehen. Man kann ja als kostenloser Nutzer nur eine Anzahl von zwei oder drei Rechnern gleichzeitig laufen haben. Das kannst du damit umgehen. Somit könnte ich mir noch vorstellen, dass das eher nächstens nicht mehr gehen wird und oder die Software sogar verschwindet. Wenn du das Ganze ausprobieren möchtest, unbedingt wissen, du solltest. Superdeutsch wieder mal. Der Dropbox-Client und eben dieses Maestral dürfen nicht zeitgleich laufen. Sonst bekommt ihr ein Durcheinander. Und das möchtet ihr nicht. Ein weiteres Update hat der EM-Client auf die Version 9.2 erhalten. EM-Client, das ist ein E-Mail-Client, der wirklich schick ausschaut, tolle Funktionen hat und europäische Software ist. Somit sollte man das natürlich unterstützen. Gibt es kostenlos, aber auch in der Pro-Version. Und ich weiss, dass einige unserer Hörer hier vom Geek Talk, aber vom Geek Talk News-Format, diesen Client exzessiv nutzen. Ich muss mich wieder mal darauf einarbeiten. Ich hatte ihn in der Version, war das 6 oder 7, mal ganz fleissig im Einsatz und dann aber wieder aus den Augen verloren. Keine Ahnung mehr, weshalb, aber ich sollte es wieder mal tun. Und zu guter Letzt gibt es Neuigkeiten zum SBB, oder besser gesagt Swiss Pass Aliens. Billetautomaten, sprich der Billetautomat für alle Schweizer ÖV-Betriebe, der wird abgeschafft. Man macht nicht nur die Büro-, nee, wie heissen die nicht Büro-, sondern die Ticketverkaufsstation, wie heisst das Zeugs? Ja, einfach am Bahnhof eine Möglichkeit zum Ticket bei einem Menschen zu kaufen, schafft man ab und konzentriert sich nur noch auf ein paar grössere Ortschaften. Nein, man setzt auch noch den Automaten aus. Ist das schlimm? Aus meinen Augen nicht, denn ich kaufe meine Billet eh nur noch via App und im schlimmsten Fall am Computer. Sollte ich mal die Möglichkeit nicht haben, weil da die App rumspinnt oder was auch immer, mache ich jeweils einen Screenshot und zeige das dem Konjunktur und das ist dann meistens auch kein Problem, sofern es ein bekanntes Problem ist, und halt mal die App einen Schluck auf hat. Kann passieren, wird sicherlich einen riesen Aufschrei im Blick von 20 Minuten geben, aber wenn es so ist, ist so. Und dann kaufe ich mir halt im Nachhinein ein Ticket, um der SBB mein Geld hinten nachzuwerfen, für das sie mich transportiert haben. Also da bin ich recht flexibel. Das Problem ist halt nur, wie kommen die alten Menschen dazu? Das, denke ich, ist nicht so wirklich ein Problem, denn zum einen geht es noch bis 2035, wo die ganzen Dinger abgeschafft werden. Zum anderen sind vor allem die älteren Leute sehr, sehr fit, was das anbelangt. Das andere Problem sehe ich dann eher bei den jungen Menschen, denn ich möchte meiner Tochter zum Beispiel noch keine Kreditkarte in die Hände drücken, zumal sie das auch noch nicht selber eine beantragen kann. Das ist eine andere Geschichte, die ich zumindest mit einer Debitkreditkarte, also Debitkarte gerne gesehen hätte, aber nach wie vor nicht möglich ist. Ich möchte auch nicht, dass sie Twint nutzt und es darüber kauft, aber die SBB, respektive die Swiss Pass Allianz, hat versprochen, dass sie dafür eine Lösung parat haben wird bis 2035. Und sind wir mal ehrlich, bis im Jahre 2035, geht ja noch mehr als zehn Jahren, kann sich noch so viel ändern, was das Bezahlen und deren Möglichkeiten anbelangt. Da halte ich dann nur noch meinen Kopf gegen den Zug und schon geht mein Geld in Richtung SBB. Keine Ahnung, ich laufe durch eine Schranke und es wird abgezogen. Irgendwas werden wir bis dann sicherlich haben. Und ja, ansonsten werden wir halt kreativ. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr verliert heute keine Kinder und oder geht nicht selbst dem Sami Klaus in die Fänge. Ja, habt einen schönen Tag und bis bald wieder. Euer Poki Psi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.